so tag in gruppe jetzt kurz hier mal ein video wie bauklo filterkasten aus ich habe natürlich die nachrichten bekommen geht nicht geht doch ganz einfach wir fangen stecker hier einmal an abziehen nun wieder wieder kann man hier raus hier hat schon aufgedreht also hier war ich schon mal vorher arbeitet dann haben wir hier zwei raster nasen die müssen wir noch weg von dem zu luftrohr zum luftfilter das ist gar kein problem da gehen wir ein welchen schraubenzieher rein ziehen es ein bisschen vor das gleiche machen wir auf der anderen seite da passiert auch nichts geht auch nichts kaputt ist ein bisschen störrisch aber so haben wir jetzt hier ein bisschen spannung halten dass es nicht gleich wieder rein flutscht und dann das ganze mal mit viel viel nach oben holen und das war es auch schon plötzlich flutschi hier und draußen ist er und guck mal hier rum hast du doch so hier mal ein kleines video wie wir das scheit sei vom kugelkopf schaltung abkriegen dann gehen wir einfach mit einem kleinen hebel müssen hier so rüber einmal quer rüber und das war das schon da ab ist er und somit können wir jetzt die schaltungsmerkürzung montieren rechtsseite ist genau das gleiche warum ich mal hier einmal hier blindstoffen der muss raus ist eigentlich voll easy weg ist er dann sehen wir da eine sechskantschraube ein stehbolzen wir brauchen dafür 5 mm aufsatz nehmen wir hier rein so jetzt schickt man kurz auf achtung jetzt wichtig für griff sie hin wir ziehen an tür griff ich hab noch nicht geschraubt jetzt schraube ich wir lösen nach links ganz normal und ich üblich ein wenig druck aus jetzt entnehmen wir den tügel der ist geführt aufpassen hier ist eine führung wir müssen sie später auch genauso wieder rein führen eigentlich in hino stecker ab fertig